Schönen guten Tag! Ich erkläre euch heute die Bosse aus der Expedition Herz des Sturmwinds. Ihr findet den Eingang im Norden von Bruchberg, und zwar genau hier. Und wir beginnen erstmal mit Isabella, denn hier haben wir drei Phasen an Kämpfen. Also sie taucht dreimal auf. Einmal ganz am Anfang, einmal in der Mitte, dann kommt ein anderer Boss und dann nochmal sie als Endboss, den wir dann aber gesondert betrachten. Also, ich habe jetzt hier die ersten beiden Antreffen zusammengefasst, weil das Video sonst unnötig in die Länge gezogen werden würde, weil sie da nicht mehr kann. Also hier seht ihr jetzt gerade im Video das zweite Antreffen von ihr. Dort hat sie einmal so einen Schwerthieb, wo so eine Klinge durch den Raum gleitet. Da müsst ihr ausweichen. Dann kann sie noch so Verderbniskugeln werfen, könnt ihr auch ausweichen. Und die Kernmechanik hier ist einfach, dass ein Mili natürlich nicht vor ihr steht, um weggekleeft zu werden, aber auch, dass ihr die Ads tötet. Weil in der ersten Phase hat sie das nicht, da hat sie nur ihre normalen Fähigkeiten. Aber hier beim zweiten Antreffen gibt es drumherum noch diese ganzen Ads, die ihr hier seht, die immer wieder getötet werden. Mit jedem Ad, was spawnt, mit jedem Monster, was da am Rand steht, macht sie mehr Schaden und one-hittet irgendwann euren Tank um. Deswegen achtet darauf, immer schön die Ads weghauen. Machen wir weiter mit dem Boss NiceHatun. Der ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber wenn man sich an die Mechaniken hält, ist der auch gut spielbar. Also, zunächst einmal hat der einen Bogen und mit diesem Bogen kann der immer einen Spieler anvisieren. Der kriegt dann so eine Rune über dem Kopf. Das bedeutet entweder, dass er einen großen, starken Pfeil abschießt, der auch eine Bodenfläche hinterlässt. Da muss man zur Seite wegrollen. Oder, dass er viele kleine Pfeile wie so ein Maschinengewehr nacheinander abfeuert. Da muss man so ein bisschen zwei-, dreimal nach links, zwei-, dreimal nach rechts rollen. Dann weicht man dem ganz gut aus. Das ist erstmal kein Problem. So. Des Weiteren gibt es einen Pfeil Hagel von oben. Das sind so kleine Flächen, die machen überall Damage. Da einfach ein bisschen aufpassen. Dann gibt es noch einen Schwanzhieb von ihm, der auch viel Schaden machen kann. Da müssen die Meleys so ein bisschen aufpassen. Dann gibt es noch eine Kugel, die in der Mitte des Raumes spawnen kann. So. Und wenn diese explodiert, kriegen nicht alle sofort Schaden, aber einen Debuff. So. Das ist ein Feuer-Debuff, der macht kontinuierlich Schaden. Der stackt auch höher. Das ist nämlich hier so ein bisschen die Kernmechanik von ihm. Er hat viele verschiedene Fähigkeiten. Und wenn die einen treffen, dann kriegt man massiven Schaden. Also die stacken immer höher. Bei ein oder zwei kann der Heiler das gegenhalten. Aber wenn ihr dann drei, vier, fünf Stacks habt, dann tickt ihr so schnell runter und seid ihr sofort tot. So. Dann gibt es noch große Runen auf dem Boden, die sich bilden. Da habt ihr so ein paar Sekunden Zeit rauszurennen. Dann explodieren die und machen auch wieder diesen Dot. Deswegen da aufpassen. Schnell rausrennen. Lasst euch nicht zu oft von sowas treffen. Am besten gar nicht. Und das Ganze passiert aber zweimal. Also wir haben einmal die Runen ganz normal auf dem Boden. Und dann gibt es aber noch die Runen kombiniert mit Ads. Das heißt, viele kleine Ads rennen da rum. Hier ein kleiner Tipp von mir. Sammelt euch alle auf einer Stelle, schön im Heilkreis vom Heiler. Und dann einfach blocken. Nicht töten. Tötet diese Ads erstmal nicht. Weil wenn diese Ads alle bei euch sind. Wenn dann drei, vier Ads um euch rumstehen und die hauen so ein bisschen auf euch ein. Die machen nicht so viel Schaden. Und ihr chillt dann einfach. Spawn unter euch keine Flächen. Dann steht ihr sicher. Dann müsst ihr euch nicht immer neu positionieren. Könnt ihr einfach stehen bleiben. Und dann habt ihr keine Probleme. Das ist schon ein richtig geiler Tipp. Da hat man echt dann wesentlich einen einfacheren Bosskampf. Gut, ja, grundsätzlich, wie gesagt, heißt es dann ausweichen, Kugel töten und schön Damage auf den Boss machen. Dann klappt das Ganze. Viel mehr ist eigentlich nicht zu beachten. Schaut nur, dass ihr nicht zu nah am Rand steht, damit ihr nicht runtergekickt werdet. So, kommen wir jetzt zum Endbosskampf gegen Isabella. Meiner Meinung nach einer der schwersten Kämpfe in den Dungeons in der aktuellen New World. Aber gut spielbar, auch wenn man hier auf die Mechaniken achtet. Grundsätzlich müssen wir uns einmal den Untergrund anschauen, wo wir kämpfen. Ihr habt hier in einer Dreiecksposition jeweils drei Plattformen und dazwischen dünne Wege. Drumherum ist so eine Blutsuppe. Da bitte auf gar keinen Fall reingehen. Das macht so massiven Schaden, da seid ihr nach zwei Sekunden tot. Also immer schön darauf achten, auch wenn ihr ausweicht oder eine Ausweichrolle macht, nicht in die Suppe. So, dann hat Isabella wieder ihr Schwert, diese Klinge, die durch den Raum wandert, da ausweichen. Dann kann sie, ja ich nenne es mal Verderbnistentakel so beschwören. Die bewegen sich auf die Spieler zu, da auch einfach eine Ausweichrolle machen, dann ist gut. Des Weiteren gibt es eine Fähigkeit, die ist wichtig. Ihr habt manchmal einen Debuff auf euch drauf. Der geht, ich glaube 18 bis 20 Sekunden läuft der. Das ist ein Feuerschaden-Debuff, der euch einmal verlangsamt und massiven Schaden macht. Das ist in Kombination ganz doof, weil wenn ihr ausweichen müsst, ihr für ihre Fähigkeiten und seid verlangsamt, das ist immer so ein bisschen nervig. Deswegen achtet da früh genug drauf, dass ihr auch mal einen Heiltrank dagegen schluckt, falls der Heiler, dass man nicht Gegengehalt bekommt oder ähnliches. Aber es ist an sich eigentlich ganz gut machbar. So, dann gibt es noch eine Fähigkeit von ihr, bei der sie in die Luft aufsteigt. Und ihr kriegt wieder eine Rune auf den Kopf, wenn sie auf euch zufliegt. Wenn ihr die Rune habt, dann macht schön Ausweichrollen, dann fliegt sie an euch vorbei und macht euch keinen Schaden. Schaut dabei, dass die Spieler nicht gekuschelt zusammenstehen, sondern so ein bisschen verteilt, weil wenn ihr zusammensteht und die fliegt durch euch durch, kriegt ihr beide Schaden. Ja, das ist erstmal so gesehen die Phase 1. So, dann gibt es natürlich noch einmal so einen Blutwirbel, den sie um sich rum macht, da einmal Abstand nehmen, aber das war uns so an Basic-Fähigkeiten. Jetzt kommt Phase 2. So, also, auf jeder Plattform kann sie eine Steinsäule beschwören. So, diese Steinsäule ist erstmal gehüllt in einem Blutwirbel, nenne ich es mal. Da kann man dann nicht hin. So, wenn dieser Blutwirbel aber aufhört, das sind so nach 20 Sekunden ungefähr, kann man da hingehen und mit der Taste E diese Säule deaktivieren. Warum sollte man das machen? Ganz einfach, mit jeder Säule, die im Raum steht, macht sie mehr Schaden. Ja, und das ist natürlich irgendwann auch für den Tank nicht mehr aushaltbar. So, wichtig jetzt bei dem Deaktivieren der Säule ist, da fliegen die ganze Zeit so kleine Kometen runter. Da müsst ihr immer ausweichen. Wenn die euch treffen, seid ihr sofort tot. Gut, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich, wenn irgendwann drei Säulen da sind, ihr keinen Platz mehr habt zum Kämpfen. Deswegen sofort darauf achten, die Säulen schnell zu deaktivieren und dann habt ihr auch ein schönes Leben. Wir sind hier ein paar Mal gewiped, ganz am Anfang. Mittlerweile sind wir gut eingespielt und knallen da so durch. Aber wenn man das das erste Mal spielt, stellt euch darauf ein, dass ihr hier ein paar Mal im Dreck liegt. Das ist aber normal, das macht ja auch Spaß, das gehört ja zum Spiel dazu. Lasst euch nicht demotivieren, ihr kriegt das hin. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir gerne ein Abo da und bis dann. Ich wünsche euch ein Abo da und bis dann.